Die Gleistafeln, da kann man sich die Gleise noch mal anschauen, das PECO Gleissystem. Hier vorne in H0M und H0E, das MeinGleis, Eigenentwicklung von Weinhardt und die ganzen anderen Gleissysteme, also sprich H0 Code 75, H0 Code 100, H0 Code 80, die sind alle auf den ganzen Gleistafeln zu sehen. Und wenn ihr Fragen zum Eigensortiment an Weinhardt habt, einfach mal stellen, einfach fragen, denn er ist persönlich hier.